Die Firma Buchner und die Aubemühle planten mit zusammen das Wellnesshotel Aubemühle und es war eine hervorragende Zusammenarbeit. Es wurde qualitativ hochwertig, termingerecht durchgeführt. Aus zweitem Schritt haben wir die Aufstockung in den Vier-Sterne-Zimmern gemacht. Die Terminarbeit war sehr eng und die Firma Buchner erledigte das prompt und ordnungsgemäß. Wir sind erfolgreich, ich hoffe die Firma Buchner genauso.